jo servus leute was geht ab hier ist mal der kyp1 mal wieder und heute zeige ich mal ein video was man dafür zu verbrauchen und sport zu machen ich habe mal das hier mal gekauft das ist neu ist nach plastik ja und kann man trinken und hier sogar eine kugel ist da drinnen wirklich geil nicht einfach so eine bum 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 kugel einfach da rein die kugel so also hier noch was papier noch drin hier und los die kugel da rein und jetzt halt zum milch maschi maschi so dann habe ich ein pulver hier zum sportpulver 100.000 gramm es ist ein elletee und dieses bananengeschmack das ist gut wie muskel aufbauen so so schauen wir mal ein bisschen mal was da rein da fällt schon mal was hier runter so ein pulver weiß pulver krasser alter scheiße einmal ok pass auf pass auf da wird trotzdem ein gesunder blickt ja oh zwei der fix okay fuck you aller drei prof messer vier stück aller du scheiße die fuck die scheiße sah doch aus wie die polizei kommt nicht aller unfassbar da denkt ihr ja schon irgendwas komisches hier entlaufen aber ist halt nicht so und schmeckt richtig geil oder könnte ja unten meine video beschreibung gucken wegen was ich da gekauft habe wie träger machen und so fitness übergehen oder draußen joggen oder fußball spielen keine ahnung was ihr habt so lust habt so jetzt geht alles schief hier oder was jetzt bin ich so hey so irgendwas mit liter wasser keine ahnung aber das ist sogar heute liegt angezeigt ja mal was da rein also ist voll machen wie du willst ja aber das scheiß egal machen wir jetzt einfach mal hier ich sehe hier nichts sie ist dunkel wie die sau naja tun wir mal so pipa puh da kannst du auch wasser rein machen milch was äh milch rein machen wie ihr wollt ich mach jetzt halt 50 50 ja ihr habt sogar milch dabei milch naja ja ich hab halt milch gekauft wo nicht so viel fett hat ja müsst ihr auf dem ernährungsplan achten und so weißt du leute so mach halt bis oben mal hin ich probiere es mal mit euch ja weil wenn man trainieren will und dann habe ich schon seit eine woche schon ein bisschen so was gemacht und so bitte nicht zu mir jetzt auch anmelden langsam weil ich hab damals abgemeldet wenn ich scheiß bin denn Corona ist halt leider so so jetzt schütteln schmeckt voll nach geil nach Banane komme du komme du geile Frau das das etikett hier braucht kein mensch am besten die kalte milch ja kaltes wasser und wird bestimmt richtig geil schmecken alle also das ist meine meinung und ja so so schau mal was da jetzt so abgeht so naja naja schau mal wie das schmeckt oh 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 nicht dass es mir in die fläche explodiert ist ja nichts passiert ist ja nichts passiert wie manches macht flupp wo 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 naja leute das ist es ist einfach nur das ist es aussaufen man kann es das wo 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 dann trainieren und so und ein paar videos machen wenn man trainiert ihr könnt auch tipps und tipps und tipps und tipps reinschreiben und so mir ist super gefallen und dann können wir ja was starten zusammen oder alles zusammen weil das ist richtig geil leute ja ich hoffe das video hat es euch gefallen lasst gerne ein like da und ein abo da wird mir super gefallen heute und könnt ihr unter video beschreibung was reinschreiben und die tipps geht nicht mehr genau und dann schauen wir dann weiter haut rein okay be what